Ja, liebe YouTube-Freunde, beim Bauerhaus wird Salat transportiert. Meine Frau hat für 150 Personen Salat gemacht und der wird jetzt in die Waldhütte geführt. Wir möchten euch von ganzem Herzen, euch Eltern, Familie und Freunde hier in der Waldhütte in Sersingen recht herzlich begrüssen. Das ist Ann und der Halsi Bracher. Ich sehe dich gerade nicht. Hier! 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 Hier!